Derzeit steht das Ehe aus von Amira und Oliver Pocher besonders im Mittelpunkt der Schlagzeilen. Der Komiker stellte gleich zu Beginn klar, dass es die Moderatorin gewesen sei, die sich von ihm getrennt habe. Es vergeht kaum ein Tag, an dem es vor allem nicht die eine oder andere Spitze gegen Amira gibt. Die 31-Jährige meldete sich bisher nicht zu den jüngsten Schlagzeilen und den Vorwürfen gegen sie zu Wort. Vielmehr setzte sie ihr ganz eigenes Statement und entfolgte Oliver und Sandy May Wölden, Pochers Ex-Frau, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Sandy ist im Übrigen auch diejenige, die Amiras Podcast Platz von die Pochers eingenommen hat. Der Comedian sprach zuvor von einem Vertrauensverlust und erklärte aufgrund dessen, dass eine weitere Zusammenarbeit mit der Moderatorin unmöglich sei. Nun äußerte sich überraschend Thomas Gottschalk zu der wohl meist diskutierten Trennung des Jahres. Gottschalk setzt deutliches Statement nach Pocher-Trennung ab. Thomas Gottschalk und Oliver Pocher kennen sich seit Jahren. So war der Komiker in der Vergangenheit auch zu Gast bei Wetten, dass immer wieder treten sie auch in verschiedenen Formaten wie denn sie wissen nicht, was passiert gemeinsam bei RTL auf. In der neuesten Podcast-Folge von Die Supernasen sprach Gottschalk jetzt gemeinsam mit Mike Krüger unter anderem über das Liebesaus von Amira und Oliver Pocher. Im Zuge dessen fällte Gottschalk ein eindeutiges Urteil und machte deutlich, auf welcher Seite er steht. Der 73-Jährige meinte nämlich Bei Amira war ich immer etwas skeptisch. Oliver Pocher ist für meinen Geschmack, für meine Kenntnis des Fernsehgeschäfts ein echtes Talent. Ich habe Pocher live gesehen. Der ist sehr schnell, sehr pointiert und dem fallen auch schnell die richtigen Antworten ein. Im Anschluss äußerte er sich weiter zu der Moderatorin und teilte seine Sicht der Dinge. Gottschalk sagte, dass Amira das Fernsehen als Beute gesehen habe. Sie wollte gerne Moderatorin werden, meinte er zudem und Oliver habe geliefert. So Gottschalk, der hat sie relativ schnell bekannt gemacht, betonte der Moderator. In der Vergangenheit wurde Amira immer mal wieder mit solchen Sichtweisen konfrontiert. In einer früheren Podcast-Folge von ihr. Und Oliver meinte sie im Zuge der damaligen Ehekrise. Ich wusste ganz genau, dass es diese Stimmen geben wird, die dann sagen. Jetzt hat sie einen Status. Jetzt braucht sie den Uli nicht mehr. Wirklich unglaublich.